Der Messermarkt in Ipsitz hat sich zu einer international renommierten Veranstaltung entwickelt. Die berühmte Damascener Technik ist auch hier die hohe Kunst der Messermacher und Anziehungspunkt der vielen Besucher. Aussteller aus halb Europa kommen dazu in das bekannte Schmiedezentrum im Ipstal. Eine Messebörse bietet Messerrohmaterialien von Rohklingen bis zu verschiedensten Griffhölzern. Über 40 Aussteller bieten Messer in jeder Form und Preisklasse. Sie haben das ganze Zubehör hier? Ja. Was man zum Messermachen braucht. In künstliches Elfenbein, wie Kater nennt man das, die Oberfläche aufrauen, ritt sich hier Punkte ein und dann schwert es sich mit Tusche eben ein. Auch tausende ausgefallene Knochen für Messergriffe sind hier käuflich erhältlich. Hochpreisige Damascener Kunstwerke finden hier genauso ihren Käufer wie das Spezial Jagd- oder Küchenmesser. Der Ipsitzer Messermarkt als scharfer Höhepunkt im Jahresprogramm des Ferrum, der Welt des Eisens. Wir sind ja auch hier bei uns. Wir sind ja bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020